hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge standard 2015 ja heute mal wieder mit dem michi hallo ja wir sind auch weiter am ridge unterwegs es ist eine neue waffe rausgekommen der 4 54 revolver ja den hat es kostenlos gegeben hat mich wen gewundert ja das war so ein kleines geschenk ja ja da kann man das großfeld mit schießen davon ist schon echt probieren wir gleich mal aus würde ich sagen ja was noch rausgebracht haben es den enden drei neue arten auf mir ist noch mal genau wollen wir dann gleich mal schießen oder warum noch mehr kommen lassen ach dann schießt mal bereit 3 2 1 wenn wir leckst ein bisschen gott liegt so da liegt der elch ich habe mit dem ersten schuss ganz getroffen du hast drei getroffen ich habe dreimal ich habe vorbeigeschossen das wundert mich jetzt ein bisschen komisch so wir haben den nächsten elf war es ist ein weiblicher ich möchte nicht wieder helfen bevor dass die vorbeischießt ne ne jetzt leckst du nicht ja mal wieder die leckst du lass ihn doch kommen lass ihn doch kommen ja ja so ein guter schuss ja ich glaube er liegt und dann würde ich sagen melde ich mich wieder sobald wir bei uns sind die passen stein gone haben nicht ich Vielen Dank. Vielen Dank. Dann müssen wir es nochmal geschlafen haben. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.